Es gibt einen tollen und interessanteren Bands dort. Als wir angefangen haben, ich selbst war 2010 dort, war völlig überrascht und begeistert, was ich gesehen habe in Seoul, dass ich bekommen zum ersten Desserea Festival, das hier mitgebracht ist. Vielen Dank. Ah, ah, ah! Okay! Bye! Das war's für heute. Musik Musik Musik